joe willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play symphonia die chronicles edition in der letzten folge haben wir noch mal eine nacht drüber geschlafen vor dem kampf gegen kratos der ja sehnsüchtig auf uns wartet und ja ich würde mal sagen in dem kampf werden wir gegen ihn kämpfen außer wir müssen noch durch ein ewig langes dungeon gehen also ja also nicht dann kommt natürlich leute hier in die truppe für regel wie ich sagen ja mal so da muss man für den uns auch mal langsam wieder umstellen er hat immer individualität hier noch drin natürlich ja glaube ich dann mal los wo genau müssen wir hin überhaupt hier links aber dieser weg wo sonst nie vorbei konnten oder ich glaube da müssen wir ihn da ist er doch geht hier in den torrentwald ja gerade sagt die welt auf der suche nach dem legendären erz ion ist bereits er kann natürlich auch hier ist ja warum damit ein mensch das ewige schwert führen kann stimmt damit du es führen kannst aber ion es konnte nicht auf dieser welt gefunden werden er musste aus der skala geholt werden es muss aus der skala geholt werden deshalb erzähl es hat er zählos geschickt um es zu holen selbst wenn du den kampf nicht verhindern kannst vergiss nicht kratz war ja neunter gefährte ich werde daran denken der torrentwald liegt in dieser richtung sprech mit dem wächter ja der nächste schritt schlags oder ich bin ich bin ich bin s hier ich es sein heim bleibt auch noch einige sachen überlegen können aber war gerade sie sich im tiefen des walds seid vorsichtig und sich echt nur irgendwo durchkämpfen oder weiter elfen das war muss ich mich ja noch irgendwo durchkämpfen ich glaube schon was bist du ok raus ich wusste es wenn wir uns durchkämpfen müssen dann solange gänz lebt ich hätte das fände ich voll schrecklich ja vielleicht wird er uns ja auch so kathos kann auch sein weiß nicht das war nur mit leut gegen den kämpfen weil dann würde ich leute doch ein bisschen ausruhen lassen bis weiß nicht der kampf kommt so hat er nicht weise ja wenn wahrscheinlich im nächsten part gegen katz kämpfen können aber erstmal ja ist absolut müssen ich war nicht so groß ich will sie noch ein bisschen haben ich hab jetzt auch was egal hurricane frost und victory lights bia spezial schwertschuss und drei attacke werfen das ziehe in die luft nein ich dass die mensch wäre die empfangen und lights bürt deswegen tue ich mal einfach hat er so beschissene sachen ok warum hat er jetzt so blöde sachen ja ausgerüstet sonic fast ne das heißt die man tun wir mal ein bisschen öfter einsetzen die beiden dann ja wird schon irgendwie weiß nicht weiß wenn wir wahrscheinlich irgendwann lernen hoffentlich jetzt nach dem schema ja so im dringend so und trainert auch schon sehr lange null frei ich kann euch mal einsetzen da voll zeig nun die frei kann bestimmt lernen indem man pio frei ja oft einsetzt stelle ich mir jedenfalls vor anerkennung ja naja koretto oder zu ökern naja zu ökern ja kratus so ich bin immer in nando geht ja ich bin trotzdem aufs maul bekommen jedes mal Wenn er sich jetzt die Hände ausfügt, dann kann ich ihn nicht verraten. ...Royd? ...Wir kämpfen, dass ich ihn nicht verraten kann. Das ist, dass ich mich für dein Vater verraten möchte? Na... ...Royd? Ich werde das Kratos-Kratus verraten. Alles klar? Alles klar? natta oder warum akala natta eine karte mit dem bild von akala natta wer ist der akala natta warum hat er eine karte der welt richtig gut wenn man ja nur eine gute waffe für leute kommen ich nehme einfach mal an es wird ein zweikampf sein also ja wissen wir noch ein paar level der bombe und es einstieg nur ich jetzt erst mal ja ich wollte einfach mal ein paar dinge zu jahre und ich soll jetzt mal so nach einsetzen ich will den ganz lehran die menschwerke fast leitzbier mal leicht wir dann den aha die leitzbier so einfach geht es dann wäre es nur noch demonstriere die menschwer was dem entfernen und leist mir war ja ich werde noch ein bisschen um experimentieren müssen kämpfen ja noch vorhin kam voll geholfen immer hoffe ich kann ich mal aufhören irgendwann mit dem spam ich bin da ja einige angriff und ich bekomme natürlich den vollkommen anderen ich bin immer guter waren mit dem lichtschwert hier umlaufen können ich kämpfe gerade gegen baum mit paprikaschoten als hände so krank okay meteoriden staub ag ein schacker mit einflugmann wie ein kometenschweif ja gut dass ich ja so vielen leiden reingeballert habe weil es lohnt sich ja doch hier waffen mäßig wer hat sich durch sehr viel ja gut weil wir kommen ja trotzdem noch waffen wo geil auf der waffe ist halt euch wirklich die neue waffen wenn mein ding es nicht hier weg ballern man nicht schwert mein gott wie viel 30 ich sag na verdammt jedenfalls dieses monster ja der monster wird schon mal ja sein fast noch nicht 50 mal leid weil ich tue etwas sehr einseitig kämpfen aber egal so ich brauche wieder zeugs und noch eine ja gut naja da hat wie ich es so nach rechts gehen deswegen gehen wir mal nach nach links gegangen sagen wir nicht da ist jetzt schon wieder so hat er schon so was mag ich nicht also ich habe schon so eine beschissene orientierung sind was der teifel ich habe glaube ich so ahnung das ding führt ein sozusagen zum richtigen weg wenn man nicht folgt dann leidt man überall anders oder was okay okay engels träne okay mal eine neue waffe für leute das schmuck gut was die habe ich schon you kidding me what is this cool crap komm her du musst du sterben ein paar mal ich habe da nicht lernen keine ahnung man kann man schinken mein schinken mein schinken was sie was sie was sie ok naja ok nämlich irgendwie an meinem training session aus es ist ja jetzt bin ich wieder im kreis oder hat also nicht sehr gut hat er gab es noch ein mädchenhafte geräusch gemacht sein mädchen da haben wir hier irgendwie wirken fast herr eine kleine blade und was ich wieviel haben wir dann jetzt bekommen ja ja und ich habe mich verirrt das ist ein drache hat der heck sie sind voll wenn wir aufhören voll winzig zu sein auf der karte und dann voll riesig im kampf das ist doch nicht normal und dann waren aber ganz schön rein 16.600 galt ok da war es gold aber trotzdem nach jetzt bin ich wieder hier aber da bin ich da lang gegangen aber von mir war schon wieder nicht wo ich bin da war schon ein ding zu da voll gleich wieder aufsteuern oder hat nur einig von deinem ist noch nicht was oder was wir sind voll süß tut mir leid dass ich euch töten muss aber abends halt da kann er zu be da so dann wasser ja dann auf mir sein witzigen gelaufen ist vollkommen anders im gang jetzt was war er eigentlich ist Advieh. Na, sehr gut. Pulig. Sehr gut. Speichert ist halt von sehr gut. ich hoffe ich komme hier zum speichelpunkt mit langsamen part gerne beenden gleich ja ausgerissen aber wir dürfen nicht gehen er wird das hat sich jetzt das ist wohl geil fahrungsgeber level 3 das ist aber er kann auch nicht sehr weit entfernt sein aber wie alle ihre tp verfahren außer ich redet von viele noch da kann man schon mal hier brechen da ist da schon ein bisschen mehr richtig gehen wir mal anders hin von meinem partner ist irgendwo beenden aber mal jetzt bitte ich mal herr müssen kämpfen habe ich drückte mal ab schwingt der kohle moment haben so viel tp noch weil ich vielleicht irgendwie andere fähigkeiten und so ein paar sind irgendwie so einen riesigen fort von tp er geht gar nicht er wird gar nicht kleiner wo muss ich jetzt hin ist ja richtig ich glaube nicht spinnst du so wieder so ein gold drach oder guck mal er gibt so viel geld mass devastation der nation er ist ja voll gebracht die folge möchte ich haben sehr gut wieder 16.600 richtig cool wir haben schon 40.000 wieder wo es hat wie ich jetzt da egal weiß ich schon wieder fünf minuten her das heißt ich weiß das ist nicht mehr ja ich wollte eigentlich ignorieren aber konnte ich nicht ich liebe sie angriff ganze steine ja noch aus dem bogen kommen richtig heftig ich würde die gar nicht freiwillig töten wollen für diese voll süße da wusste ich jetzt hier ist ein speicherpunkt gewesen verdammt sind wir da war ich vielleicht gesehen hau hat mich doch mal von diesem scheiß nicht vorbei hey hey hat blöde Paprika fisch hier hey jedes mal falle um was zu teufel da wird es auch mal bams bäbbs so sehr gut hier waren speichern oder ja dann sprechen wir hier und werden den part weil ja schon wieder viel zu lang gut hoffentlich wartet der direkt dahinter weil ich aber irgendwie nicht glaube aber naja wie er noch sei ich würde sagen ich bin dem party und wir sehen es ja nichts von verletzt wird jetzt zum folgen ich bleibe ich alles zu schauen sagen